Und die nächste Nummer heißt Murga Vianesca. Ich nehme an, dass alle hier wissen, was eine Murga ist. Das ist ein Karnevalsumzug in Buenos Aires. Und die Tanzen ist nicht Leiband. Mir gefällt das sehr gut. Und ja, das ist halt... Wir stellen jetzt eine Murga da. Es ist leichter als das. Ein Flügel. Ich habe Schleppschuhe. Das braucht man mehr. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus ...